Wir suchen dich für Ausbildungsberufe im gewerblich-technischen Bereich wie Mechatroniker, Industriemechaniker, Industrieelektriker oder aber auch für unseren neuen Ausbildungsberuf den technischen Produktdesigner. Wenn deine Talente eher im kaufmännischen Bereich liegen, dann bieten wir den Ausbildungsberuf der Industriekauffrau an und wenn du ein Studium absolvieren möchtest, dann hast du die Möglichkeit in Kooperation mit der DHBW in Moosbach und uns, die Studiengänge Maschinenbau und Elektrotechnik zu studieren. Am schnellsten nimmst du Kontakt mit uns auf, indem du einen unserer Ausbilder anrufst und der die Möglichkeit mit dir einen Schnuppertag zu vereinbaren oder aber auch ein mehrtägiges Praktikum oder aber ganz klassisch, dass du uns deinen Lebenslauf per E-Mail zuschickst und wir melden uns schnellstmöglich bei dir. Wenn du dich für Fahrzeuge interessierst und die Art und Weise wie sie gebaut werden solltest du auf jeden Fall zu uns kommen, denn bei uns hast du nämlich die Möglichkeit den kompletten Fahrzeugbau und die ganze Welt des Fahrzeugbaus von der Produktion, die Entwicklung bis hin zum internationalen Einsatz unserer mobilen Arbeitsmaschinen zu erleben.